Willkommen wieder zu einer Runde Skywars. Willkommen wieder zu einer Runde Skywars zusammen mit Gießen. Hallo. Ja, ich begrüße mich selbst und dich. Hallo. Nice. Ja, er ist das Kit Verzauberer. Das heißt, wir können uns jetzt beide gleichen Schärfe 1, Rückstoß 1, Schwert uns zu gönnen und ich habe extra das Kit Bergarbeiter genommen, damit ich immer schön Diamanten farmen kann. Das ist sehr schön. Ganz flotte Karotte. Flotte Karotte. Shit, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen schon? Oh no, oh no. Beilung. Okay, sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Komm weg, komm weg. Ich will sie runterkicken, ich will sie runterkicken. Ich bin willig. Ich will. Ah, ah. Jetzt brauchen sie sich ja noch hoch hier. Hast du was zum Anziehen? Ja. Oh Gott, ja, 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 ja. Sie kommen von zwei Seiten. Sie kommen von zwei Seiten. Die kommen von zwei Seiten. Oh scheiße, die sind so gefährlich. Ich habe furchtbare Angst. Okay, doch nicht. Ey, und du willst was machen die? Ich brauche mich mal auch hoch. Ich weiß nicht, die sind bestimmt richtig gut gerade. Gehst du denen jetzt entgegen? Ich habe keine Blöcke. Oh doch, ich habe Blöcke. Einen habe ich einen Kick gegeben, er lebt aber noch. Einen hast du einen Kick gegeben? Boah, der hat richtig einen Kick hier, der lebt aber noch. Okay. Wir leben beide. Okay, okay. Einen habe ich tot. Einen habe ich tot. Ja, ich habe beide tot. Ich habe beide tot. Okay, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Du bist so ein Monster. Was ist denn jetzt mit der Work, mit der Crafting, mit der, du weißt schon, Verzaubertüche. Ja, gleich. Ich bin noch zu emotional aufgewühlt. Ich habe es gemerkt. Du hast dich gefreut, wie ein kleines Mädchen. Ja, weil ich überlebt habe. Ich hole mir erstmal ein paar Dias wieder. Du machst das. Ich halte Ausschau und gucke, oh, hast du es denn gebaut? Nee, okay. Geh mir den Diamanten. Geh mir den Diamanten. Danke. Doch mal diesen Diamanten jetzt. Geh mir den Diamanten geben. Boah, das ist richtig die Konstruktion hier, die sie gebaut haben. Das war richtig krasser Plan, du. Das war clever hoch 100, man. Clever hoch 100. Clever ever. Hoch 100. Hier, erstmal eine Hadeschütte. Oh, nice. Ich möchte ja gerecht aufteilen hier. Natürlich. Deswegen laufe ich auch noch ohne Schuhe rum. Ach, du hast auch keine, okay. Hast du eigentlich Blöcke irgendwie? Ja, ich habe Blöcke. Willst du ein paar? Ja. Na gut, dann kriegst du hier ein paar. Guck mal. Sollte erstmal reichen, um rüber zu kommen, oder? Ja. So, wie kommen wir denn? Das ist gut. Ich baue mich mal eben wieder zu unserer Insel. Ey, ich natürlich auch, denn ich will ja auch, dass wir irgendwie... Ach so. Gut, du machst ja schon einen schönen Weg. Ich nehme mal den Verzauertisch wieder mit. Genau, denn das ist wichtig. Ich habe es dir diesmal extra angesagt, ne? So, guckst du wieder? Guckst du? Der guckt, der guckt aggressiv und böse. Ah, siehst du, ob er eine Angel hat, der schlawiert? Ne, er hat einen Block genannt. Da kommt der andere, der andere, da, zwei, 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 zwei. Guck doch mal an, wie die aussehen. Die sind doch richtig gefährlich. Jetzt hättest du weiterbauen können. Die gucken nicht mehr. Ich brauche noch Blöcke. Ich brauche Blöcke. Ich brauche Blöcke. Ach so, ich habe doch welche hier. Komm her. Ich habe mir gerade... Okay. Ich habe... 47 Stück. Ich gucke nur und mache nichts. Okay. Der hat eine Angel. 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 Das habe ich direkt mit meinem Adlerauge gesehen. Ja, du hast echt ein starkes Adlerauge. Ich backpedale. Kommen Sie jetzt? Die denken, wir haben auch eine Angel, aber da haben sie sich geschnitten, Mann. Wir haben nämlich gar keine, oder? Haben wir eine Angel? Ja, wir haben die nicht. Na, die denken wir auf eine Angel. Solche Trottel, Mann. Dieser Trottel, Mann. Wow. Ja, gut. GG. Aber das ist der Dude mit der Angel. Pass auf. Oder? Oh, Gottes Willen. Ich habe einfach die Blöcke unter ihm abgebaut. Gut. Finde ich gut. Ja, dann ist doch... Wie viele Kills hast du jetzt schon? Vier? Ähm, ne, das fehlt nicht als Kill, weil ich ihn nicht gefrackt habe. Ja, stimmt. Okay. Okay. Oh. Das ist natürlich enttäuschend. Ach, die haben alle Dears gekramt. In vielerlei Hinsicht. Oh, ne, da ist noch einer. Ich habe meinen Schwert weggeworfen. Das wollte ich so gar nicht. Ich habe noch einen Dears bekommen. Das finde ich ganz nett. Das macht mich ganz glücklich. Das findest du nice? Okay. Das finde ich schon nicer Dicer. Das findest du nicer Dicer? Oh, da, Enderperle. Oh, ich bin gerade... Nicht. Ich bin gerade im... Ich wollte gerade dich lauter stellen. Okay, Entschuldigung. Ich gehe nicht hinterher, weil ich nicht will, dass ich alleine sterbe. Im Dunkeln. Das will ich echt nicht. Oh Gott, ey, diese Axt, ne? Ist er weggelaufen? Ja. Pass auf, da sind noch ganz viele Löcher. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ich komme nicht hinterher. Oh, meine Güte. Kannst du noch... Kannst du noch mehr Atemgeräusche machen? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Du hast ihn. Das war so anstrengend gerade. Das war anstrengend. Ich wollte dich ein bisschen lauter machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute dann... Ich bin zu leise? Ja. Why? Ich habe keine Ahnung warum, ey. Ich bin voll am Mikrofon. Jetzt bist du laut, jetzt bist du laut. Passt schon. Okay, jetzt bin ich zu laut wahrscheinlich, oder? Jetzt gehen wir wieder zurück. Okay. Weil da kommt jetzt der andere, sein Kollege wahrscheinlich. Sag mal, hast du ein paar Chicken Wings oder sowas? Nee. Ah, ich habe ein bisschen Essen. Doch, doch. Ich brauche was zu essen. Oh, danke. Danke, danke, danke. Ach, da kommen gerade zwei Gegner. Okay, zwei kommen. Das heißt... Einer ist runtergefallen. GG. Einer ist runtergefallen. Wieso fallen dir heute alles spontan von alleine? Weiß ich nicht. Guck dich an. Dein Gesicht ist erschreckend. Oh, oh. Das hat meine Mama auch immer. Ja, oder? Oh Mann, oh. Diese böse Mutter. Lass mich doch auch mal was machen. Pass auf. Der hat irgendwas intus. Er hat irgendwas intus. Hat er intus? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich kann nicht. Ich bin festgehalten. Der hat 100% live. Ja, okay. Ja, der hat einen Goldapfel gefressen. Ach so. Na gut. Na gut. Wie lange hält der? Wird's überraschend. Ja. Hast du ihn? Ich hab gewusst, er hat irgendwas gefressen. Er hat uns so reingeloggt. Ich wusste, irgendwas hat er gefressen. Wow, dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin erschüttert. Na ja. Er lebt deswegen auch so ultra lange. Und ich krieg den Kill nicht. Ja. Weil er einfach nicht 100 Jahre gebraucht hat, um zu sterben. Aber das tut mir leid. Ich hab noch gesagt, Rennwerk, Rennwerk, aber irgendwie ist es zu spät. Die Connection war nicht da. Die Connection war einfach nicht da. Ich hatte auch so ein leichtes Rauschen in der Leitung und alles war so ein bisschen verschwommen. Und auf einmal, weißt du, ich hatte auch Kopfschmerzen spontan. Ja, alles so. Auf einmal. Ich konnte einfach nicht reagieren. Aber gut, gut zu wissen, dass es sowas hier gibt. Ja. Der hatte OP Goldapfel. Unsterblich. Soviel wir ihn geschlagen haben und er nicht gestorben ist, dann wusste ich... OP Goldapfel. OP Goldapfel, wusstest du einfach. Wusstest du nach 100 Minuten. Dann ein... Oh Gott. Das war schon ziemlich stark gerade. Wer gewinnt jetzt? Shit, ich hab keinen Goldapfel oder so. Ja, ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ihr habt gewonnen. Ein Herz. Nice. Ihr habt gewonnen. Wir sind beide gewonnen. Nee. Wir sind zusammen. Wir sind ja ein Team. Achso, ich hab gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Nice. Und das war eine Runde Sky Wars auf der Map hier. Ich hoffe, ihr hat die Runde mal gefallen mit Isen. Wenn ja, könntest du gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal mehr Teamrunden sehen wollt. Ja. Guckt gerne bei Isen vorbei, wenn ihr mehr sehen wollt. Denn da gibt's auch mal eine Runde Sky Wars. Und das war so eine Variante, die ich auch mal jetzt zeigen wollte im Team, wie man zum Beispiel mit Kids zusammenarbeiten kann. Er ist Verzauberer, ich Bergarbeiter. Ja. Ganz coole Kombi. Bis zum nächsten Folge. Tschüssi. 1 2 2 3 3 1